Guten Morgen! So, das ist der neue Kies, keine Sorge, das ist der grobe Kies, abgerundet. Aber wieder im Schwindel nicht, ne? Wir werden wieder fleißig geschippt. Aber nur mit einer Schubkarre, das ist ja echt zu viel verlangt für die Mitarbeiter. Ich gehe jetzt mal auf den mittelkörnigen Kies. Grobkörnig haben wir hinter uns und jetzt kommen wir. Das dient ja auch alles der Reinigung, sonst würden wir euch gerne nur feinen Sand reinpacken. Aber es soll ja vernünftig auch sein, von dem Wasser werden her. Und somit sind wir jetzt hier, guck mal, ganz feiner Kies für einen ganz sanften Einstieg und rund gekurren. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal in Deckung, weil das wird mir jetzt hier zu. Jetzt ja auch nicht. So, wiedersehen!